Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer heutigen Produktvorstellung von Schlagmann Poroton. Mein Name ist Alfred Emhe und an meiner Seite steht mein Kollege Markus Eich. Wir wollen Ihnen heute unser neues R-Eco-Lüftungssystem vorstellen. Ja, Markus, was bewegt eigentlich einen Ziegelhersteller, ein Lüftungssystem zu entwickeln? Ja, auch von meiner Seite ein herzlich willkommen. Ja, Ziegelhersteller und Lüftung passt auf den ersten Blick vielleicht nicht so gut zusammen. Bei genauerer Betrachtung bietet sich die Kombination sehr wohl an. Dezentrale Lüftungsanlagen werden in der Regel in Außenwänden verbaut. Die klassische Variante, die sich auch bewährt hat, erfolgt dadurch, dass ein Ziegelstein durch den Mauerstein des Lüftungsgeräts ausgetauscht wird. In diesem Mauerstein kann später das Lüftungsgerät eingesetzt werden. Der innere Abschluss erfolgt mit einer Innenblende, der äußere Abschluss durch eine Außenhaube. Okay, der Zusammenhang ist klar. Aber was ist nun das Neue an dem Schlagmann R-Eco-Lüftungssystem? Wir sehen hier unseren Rollladenkasten, ausgestattet mit dem R-Eco-Vorbereitungsset. Das Vorbereitungsset wird werkseitig vormontiert und bedeutet daher einen gewissen Installationsvorteil auf der Baustelle, weil die Lüftung nicht separat montiert werden muss. Die ist bereits fertig beim Rollladenkasten mit dabei. Die Luftansaugung erfolgt über die Abschlussleiste des Rollladenkastens, hier über den Umlenkkanal auf die Rauminnenseite. Aus diesem Grund ist keine Außenhaube erforderlich. Man sieht an der Fassade nichts von diesem Lüftungssystem. Okay Markus, du redest die ganze Zeit jetzt von einem Rollladenkasten. Funktioniert das Ganze auch mit Raffstorkästen? Ja, das System funktioniert genauso beim Raffstorkasten auch, weil wir die Luftansaugung und Umlenkung nicht über den Rollraum gewährleisten, sondern innerhalb der Außenblende. Die Luftumlenkung ist in der Außenblende integriert und beeinträchtigt so weder den Rollraum noch den Schacht des Raffstors. Somit ist der spätere Bauherr nicht beeinträchtigt, was die einzelnen Behänge betrifft. Du hast vorher erwähnt, dass diese Ausführung schalltechnische Vorteile hat gegenüber der klassischen Luftführung von einem Durchlass in der Außenwand. Wo liegt der Vorteil genau? Ich denke, das zeigen wir jetzt am besten am großen Modell. Da kann man die Luftführung am besten erläutern. Die Luftführung erfolgt über den Schlitz in der Außenblende des Rollladenkastens. Die Luft wird angesaugt und dabei zweimal im 90-Grad-Winkel umgelenkt. Der dabei entstehende Widerstand erzeugt gleichzeitig auch einen Schallwiderstand, wodurch der Schallschutz des Gesamtsystems verbessert wird. Okay, das mit einem besseren Schallschutz ist plausibel. Wir haben uns jetzt das System immer von außen angesehen, also von der Gebäudeaußenseite. Aber wie sieht das Ganze eigentlich von der Gebäudeinnenseite aus? Das Einzige, was man von diesem Lüftungssystem sieht, ist im Grunde die Innenblende. Wir bieten verschiedene Innenblenden an. Zum einen diese Slim-Innenblende, eine sehr dezente Innenblende zur Aufputzmontage. Oder wie hier zu sehen, am Exponat zu sehen, die Flat-Innenblende zur putzbündigen Montage. Ja, wir haben jetzt gesehen, wie das System von der Gebäudeaußenseite aussieht und wie es auch von der Innenseite aussieht. Was mich noch interessieren würde, wie sieht das Innenleben des R-Ekosystems aus? Wir nehmen einfach die Innenblende ab und schauen uns das eigentliche Herzstück des Lüftungsgeräts an. Das ist jetzt hier im Rundkanal. Wir sehen hier den Lüfter, den Ventilator, der über diese Steckverbindung am Strom hängt. Dahinter ist der Wärmetauscher, der keramische Wärmetauscher. Beide Komponenten kann man einfach aus der Öffnung entfernen. Die Öffnung auch reinigen. Alles gut zugänglich. Damit die Wärmerückgewinnung funktioniert, arbeitet das System im Push-Pull-Betrieb. Das heißt, das Lüftungsgerät bläst 70 Sekunden in die eine Richtung, sprich die Luft wird von der Rauminnenseite nach außen transportiert. Dabei erwärmt die warme Raumluft den Keramik-Wärmetauscher. Innerhalb der 70 Sekunden wird der Wärmetauscher geladen und der Lüfter ändert seine Drehrichtung, sprich nach 70 Sekunden bläst der Lüfter nicht mehr von drinnen nach draußen, sondern von außen nach innen. Die Luft wird angesaugt, über den Wärmetauscher geführt. Dabei entlädt sich der Wärmetauscher, die Luft wird vorgewärmt und nach innen abgegeben. Eine Frage, die mir da gerade noch einfällt, ist, es gibt in einem Gebäude auch reine Ablufträume. Kann also das System auch in Ablufträumen wie Bad oder WCs dann eingesetzt werden? Ja, gute Frage. In Ablufträumen ist natürlich diese Wärmetauschung nicht erforderlich. Wir sprechen hier von reinen Abluftgeräten. Wir haben hier diesen Einrohrlüfter, der Einrohrlüfter ohne Wärmetauscher. Der Einrohrlüfter arbeitet nur in die eine Richtung, nur von innen nach außen, ändert die Drehrichtung nicht. So kann im Abluftraum für die notwendige Abluft gesorgt werden. Der Ablüfter, der Einrohrlüfter, hat den gleichen Durchmesser wie der Lüfter mit Wärmerückgewinnung und passt genau in die Aussparung, die wir vorher gesehen haben. Ja, also dann, Markus, erstmal vielen Dank. Ich denke, es wurde alles erläutert. Wenn Sie noch Fragen haben, dann schauen Sie einfach vorbei auf unserer Internetseite oder Sie rufen uns an, die Telefonnummer 08572 174120. Hier können Sie uns erreichen. Vielen Dank. Dankeschön.